so liebe freunde damit begrüße ich euch zu einer weiteren aufnahme exit wir haben die 100 folgen geschafft ich bin hier nicht mehr im controller und ich habe wie gesagt ein bisschen offline das haus umgebaut was ihr vielleicht seht hier unten keine änderung aber sobald man hier hochkommt eine große änderung denn ich habe hier das haus um einiges erweitert ich habe hier alle meine guten rüstungen aufgebaut hier hinten ist jetzt unsere crafting oder eine enchantment table mit Level 70 und da draußen unsere schönen Büsche und man kann hier noch ein Stockwerk nach oben gehen und das habe ich aber dann hier leider nicht mehr geschafft zu bauen und geht uns hier nach draußen ich habe doch hier, ne habe ich nicht mehr, ich habe keinen Electric Stuff mehr ok muss ich mir merken wenn es hier rausgeht sieht man eigentlich ja kann man eigentlich lassen für einen der in Minecraft eigentlich nicht bauen kann ja gut um um was gibt es noch zu sagen und ich möchte mich nicht mehr von aktiviert ich habe mich ein bisschen jetzt informiert über Hexel um vor allem übers schmelzen um und da habe ich rausgefunden es wird jetzt richtig lustig denn es wird ihm bestimmt riesen Spaß machen das zu machen aber ich vorbereite euch erstmal ein Electric Stuff nein das war hier also äh ich brauche eins von dem Electric dann brauche ich ein Sticky ein Sticky ein Sticky ein Sticky und ein Diamant so dann mache ich mal so so und ey so ah warte halt ich habe einen ähm ist es egal so ich habe schon ein Electric Stuff sehe ich gerade ja ja egal ja da ist mir kurz Hexel abgeschmiert irgendwie immer wenn ich hier so ein irgendwas verzaubern will und nicht aufnehmen kackt mein Hexel ab naja kann man jetzt auch nichts machen ähm ich habe mir den kurz verzaubert geht kurz schlafen geht kurz schlafen so und weil ich habe die MacBooks das ich eh ein habe ähm lege ich den jetzt einfach dann wieder rein äh so und dann würde ich sagen nehme ich mal das hier mit äh das und das da so und werde hier erstmal jetzt einen Platz suchen wo wir das bauen können dahinten habe ich auch ein paar Momotbäume aufgestellt denn äh ich habe das Holz gebraucht äh äh ich glaube ich muss hier ein bisschen ein ebnen ja muss ich kurz machen tut mir es furchtbar leid äh falls ihr auch bemerkt äh was mit meiner Stimme los ist äh äh ja äh Jannis also M.O.D. hatte gestern seinen 18. und dann ein bisschen gefeiert und deshalb ist die Stimme noch nicht wirklich so da aber ich habe richtig Bock gerade Hexit aufzunehmen und ich habe bemerkt vorhin dass die Musik etwas lauter sein kann so auch wenn ich sie nicht höre und weil alle sagen die Minecraftmucke ist doch voll scheiße ich finde die geil ja also sagt nichts gegen die Minecraftmucke so wir machen uns jetzt hier einen Ofen für die Leute die sie nicht kapiert haben ähm aber ich muss schon ein bisschen Platz schaffen Mama denn ich möchte natürlich nicht alles im Hoster bauen sondern vielleicht brauche ich hier einen extra Hoster nochmal hin das wäre auch eine Idee so ein ganz kleines aber den Ofen den Ofen ins Haus stellen ist auch dumm sieht nicht schön aus und passt der eigentlich auch nicht obwohl es ist ja eigentlich völlig Wumpe in Minecraft aber pfff ich will das nicht ja deshalb machen wir uns jetzt hier eine schöne Ebene wo wir dann den Ofen aufbauen und dann kann ich erst so ein hart kleines Häuschen draus äh drumrum bauen ich weiß nicht vielleicht pink grün grün oder pink ich weiß noch nicht eins von den beiden so alles mitnehmen na blöd blöd ich muss da erstmal wieder was von diesem ähm ich denke mal von diesen Iron dass wir hier diese Sachen hier craften können. Aber das wird nichts Problems sein. Wir haben Lehm, wir haben eigentlich alles da. Kies haben wir da. Dürft kein Problem darstellen. Warum sitze ich hier eigentlich ein Baum? Jetzt runde ich das hier noch schnell ab. Und mache das hier weg. Sieht ja nicht schön aus. Wo setze ich denn den Ofen hin? Ich glaube, dann mache ich... 3x3, 1x2, 3x3, 1x2, 3x3. Ich glaube, hier mitten rein. So. Pst. Ähm, wir waren das noch mal so. 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 Jetzt muss ich kurz das Video gucken. Was der da benutzt hat. Und zwar denn... Irgendwas mit Kontroll... 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 Smeltery Controller. Ja, genau. So. Den baut man aus... dem da. Okay. Das probelt nochmal wie... Jaja, ich weiß. Aus Clay, 4 Sand und 4... Travel. Puh. Gott, doch, Gott. ... Ich glaub... Hab ich Sand? Shit. Watt, was macht hier ein... Skillet? Sand. Ah ja, okay. Hab ich? Travel? Hab ich? Travel? Kies? Kies Oh, habe ich nicht so viel Warum nicht? Das ist zu wenig Naja Reicht eigentlich Klee Sand Oh, habe ich aber viel rausbekommen Ok, das heißt wir müssen auf jeden Fall auch noch Kiesfarm Nein, Kiesfarm Hmmmm Habe ich das auch offline machen sollen So, das kommt in den Ofen Ofen Ich kann hier mal eine Scheißdreche aufbauen So Jetzt weiß ich auch was man mit den hier macht Hab mir der liebe Paddy gesagt So, die Erde brauche ich eigentlich auch nicht mehr Erde 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 Das ist nicht Da habe ich noch Erde Bewegt dich mal Da habe ich noch Sand WTF So, das ist wirklich Ich bin so gut Und Ich bin so gut